Liebe Herr Landeshauptmann, liebe alle, die ihr da so wacker gekämpft habt, ein herzliches Danke auch von meiner Seite, ein Danke auch den vielen Wahlbesitzerinnen und Wahlbesitzer und lieber Wilfried, du hast angekündigt, was das Wahlziel ist. Das Wahlziel ist, Nummer eins zu bleiben und zu sein und das bist du. Herzliche Gratulation dazu. Und Wilfried Haslauer hat in seinem Wahlkampf Anstand und Haltung eingefordert und genauso tritt es da auch jetzt auf. Es ist ein Sieg mit einem Minus, das müssen wir ernst nehmen, da müssen wir drüber nachdenken, was bedeutet das für uns in der Bundespartei genauso und gleichzeitig zeigt es, dass konsequente Politik, Klarheit so wichtig ist für die Menschen, dass der Führungsanspruch in diesem Land klar ist. Du hast auch die Mandatslage, die Wahlfreiheit, die Koalition, die beste Koalition für das Land zu bilden. Ich wünsche dir dafür alles, alles Gute.